Moin Leute, heute ein Anker-CW mit Möpfex, Gamecrafter und Aylaiso. Ich bin krass. Er ist der krasseste Spieler, muss man sagen. Also unser Gamecrafter, unser Mobile. Er fickt zum Beispiel Leute wie viele Mara, die generell nicht gut sind als Win10. Abuse my Gamecrafter. Unsere Gegner stacken schon, das finde ich nicht so toll. Wir stecken uns rüber und ich, und ich läufe solche hinterher. Denn er ist, ich darf nicht zu nah sein, denn er hat Corona. Er ist einfach bester Hofstecker. So ein Finderhund. Ein Bastel. Was, Däbel? Oh, oh. Was, das ist jetzt nicht, doch nicht. Also unser Mobile ist echt der beste Spieler. Ich spiele auf Keyboard und Maus mit Mobile Verbund, wenn ich auch noch mal bedenken, ja. Stimmt, das machen voll viele Leute. Ja, und Flammar ist wie immer scheiße. Muss man, muss man ganz ehrlich zu sagen. Genauso wie seine Mutter, ja. Ganz genau. Flammar ist echt nicht gut. Muss man echt sagen. Ja, ich glaube, der spielt auf Controller. Also Flammar ist echt nicht gut, muss man echt zu sagen. Weil er ist einfach nicht so ein guter Spieler. Lass ihn mal hochkommen, dann klippst du ihn. Ne, ich knock den. Oder so? Knock den, knock den Spawner Seite. Achso, den Spawner Seite? Ja. Okay, das war's. Dann mal wieder komplett. Ich hab falsche Seite genockt, ich wollte die runter noch. Alles gut. Der ist gut. Was? Der Shop lässt sich nicht öffnen bei mir. So. Du holst jetzt alle. Sie haben natürlich alle wegen Flammar verkackt, weil Flammar eben nicht so ein guter Spiel ist. Ey, GameCrofter, du holst jetzt alle, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Riechenstumpen. Ne, warte noch, warte noch. Shit, shit, hab verkackt. Oh mein Gott. Steck dich oder so, geh hoch. Digga, ihre Wii. Digi. Digi. So, du. Der müht an. Ey, pssst. Hm, 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 hm. Ich komm so rein. Sidox schiebt, oh mein Gott. Sidox schiebt. Nein, Nova, Digga. Der meint unsere Gegner schiebt. Aber alles gut, Digga. Ey, ey, Junx. Willst du jemanden grüßen? Jungs, Konter, 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 Konter. Ey, Sidox. Was geht ab? Moin. Was geht dir? Wie geht's hier? Nova? Boah, Nova. Oh mein Gott, das ist mein Lieblings-Youtuber. Ich grüße meine Omi, meinen Opa. Äh, ja. Und ich grüße sie zum Smachen. Die war gestern wieder bei mir. Und die hat ordentliche Arbeit gemacht. Jungs, nimm das mal auf. Nimm das mal auf. Er hat geinkleidet. Oh mein Gott, meine Baust. Aua, meine Maus. Hast du gehört, was du gesagt hast? Ich mach normal. Mach normal. Hab er gehört? Ich weiß nicht, ob er es gehört hat. Nee, ich glaub nicht. Was hab ich gehört? Ich hab gesagt, ich grüße meine Oma, mein Opa und deine Mutter, die gestern Abend bei mir war. Weil die hat über sehr gute Arbeit gemacht. Das Video. Nimm das mal bitte rein. Nein, Spaß. Denkt ihr allen noch? Oh mein Gott, Nova hat sich so verändert. Der geht aufs Mund. Der ist sowieso drin. Oh neisiger. Alles was du gesagt hast. Alles was du gesagt hast. Alles was du jetzt sagst. Das sieht nicht so gut für uns aus. Das sieht nicht so gut für uns aus. Ey, so ein Ding, ey. Die haben eh erst schon Lamara seine Mutter beleidigt oder so. Echt jetzt? In Uncut CW oder was? Ja, Gamecrafter. Unser Pre. Geil, Digga. Das war's mit Uncut CW. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich auf YouTube. Dankeschön, Lamara ist doch immer scheiße. Mich auch, mich auch, mich auch, mich auch. Und Noval-Fan auch.